Hey Leute, heute ist wieder FIFA 13 Ultimate Team am Start. Ich bin jetzt gerade richtig abgefuckt von FIFA. Ja, ich hatte jetzt erstmal zwei Stunden natürlich keinen Internet bei EA. Dankeschön. Ähm, dann kam gerade die Meldung. Ich habe FIFA angemacht und sie haben ihr letztes Spiel anscheinend abgebrochen. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Und ich denke mal, ich bin raus aus dem Pokal. Hä? Ja, klar doch. Ich war ja nur im Finale. Spustis. Ähm, ja. Danke. Ey, ich hasse euch. Ja, genau. Da seht ihr es auch. Abbruch. Letztes Spiel. FIFA mal wieder abgestürzt. Leckt euch doch. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz. Ich muss einfach FIFA spielen. Ja. Und ihr seht direkt mal eine Veränderung. Tevez im Sturm. Ja. Und jetzt fragt ihr euch auch. Hä? Eigentlich müsste der Typ auch auf den Münzen haben. Ja, ich hab von Percy verkauft. Und ja, ich war so dumm und hab mir dafür wirklich vier Packs geholt. Und ja, ich hab auch bei der Telefall gekauft. Und ja, ich hab mir davon auch Packs geholt. Und ja, ihr... Merkt jetzt, ich hab nichts Gutes gezogen. Ja. Geldverspende. Ich hätte auf Aguiro sparen können. Und Tevez fuckt mich momentan auch ein bisschen ab, weil... Der Typ eine hohe Defensivrate hat. Scheiße, ne? Ja. Es läuft einfach nicht, grad nicht bei FIFA. Und er hat eine richtig gute deutsche Mannschaft. Bis auf Mertesacker. Das ist trottelig. Das hat ihn da entschieden. Mertesacker. Wie kann man denn nur Mertesacker in die Innenverteidigung tun? Oh mein Gott. Trottel. So. Aber egal. Ich hätte Batsch übergenommen. Oder Santana, auch wenn er kein Deutscher ist. Aber scheiß mal drauf. Er hat Schmelzner und Müller und fast nur Bundesligaspieler. Also, hallo. Trottel. Egal. Mertesacker mit 31 Pace oder so. Richtig geil. Dankeschön. Aber... Ein Spieler macht das Spiel ja nicht kaputt von ihm. Und wir ziehen mal direkt ab und... Der Schuss war scheiße. Ja, ja. Ich bin echt abgefuckt. Ich versuch meine Abgefucktheit nicht zu zeigen. Und einfach mal happy zu sein, dass ich wieder FIFA spielen kann. Ah, ja. Wenn das bei einem neuen FIFA ausgewirrt. Ah. Ey. Dankeschön. Und... Boah. Ja, Mertesacker. Da muss er zum Kopfball gehen. Aber der Kopfball war immer richtig krank. Und ja. Schade. Aber der Reflexer von Adler war auch richtig krank. Danke. Für den Ball. Und David Luiz. Und... Abziehen. Aber... Das wird nix. Und da war Tabis natürlich wieder schön weit hinten. Na, Mann. Ja. Momentan... Find ich keinen wirklich guten Stürmer. Bei der Telly hab ich ja auch verkauft. Ich hätte, glaube ich, wirklich bei der Telly gelassen sollen. Und jetzt treff ich natürlich die Latte. Egal. Scheiß drauf. Vielleicht hol ich mir so Ares. Mal gucken. Am liebsten wäre mir natürlich ihre Brüe, aber... Da fehlt mir die Kohle. Aber ich hab mir vorgenommen... Nächsten Monat, also ein paar Tagen... Na, heute ist der... Weiß ich gar nicht. Ihr werdet sehr viel später sehen. Ich hab nämlich schon noch, glaube ich, acht Folgen auf Lager oder so. Auf jeden Fall, Leute, ist, glaube ich, der... Zwanzigstel? Kann auch sein. Auf jeden Fall, das ist Dienstag. Der letzte schöne Freitag. Ähm. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich mir eine PSN-Karte und 24 Euro wahrscheinlich bei Ebay. Und dann mal eine schöne Pack-Opening-Folge machen. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht mal einen Spieler-Zielen-Guten... Ich glaube, nämlich auch zu der Zeit ist, glaube ich, das Team of the Season Deutschland raus. Und der Lupfer geht drüber. Schade. Also das Team der Season Bundesliga raus, glaube ich. Na, auch ganz interessant. Wenn man Glück hat, ziehe ich da... Obwohl, der ist, war doch, glaube ich, schon draußen, ne? Scheiße, ich glaube, das war schon draußen. Das war schon... Martin, das gibt's schon in das... Äh. Scheiße. Ich glaube, das gab's schon. Ach, keine Ahnung. In zwei, drei Wochen ist, weiß ich nicht, welcher ist draußen. Serie A vielleicht? Naja, ist auch scheißegal, die werde ich ja so verkaufen, wenn ich einziehen würde. Und mir dann Algo-Öre holen. Ach, scheiße, da wollte ich eigentlich... Hätte ich durchlaufen sollen. Na, schau mal, dass ich diese 13-Pack so viel Münzen zusammenbekomme, dass ich... Ja, Algo-Öre ist jetzt, glaube ich, nur noch 80 wert. Äh, Algo-Öre kaufen kann. Das fände ich schön. Und vielleicht auch noch Matta. Matta könnte ich auch noch gebrauchen für Gerrard. Und das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte einen Schussdeutscher machen. Ach, Mann. Sam gegen Cole. Oh. Kompany gegen Cole. Und lange Flanke und Tor. Von Reus. Ne, von Özil. Ich hatte jetzt gar nicht von Reus wegen dem Schuss, aber okay. Dann hat Özil sich schade. Schade, schade. Steigt, glaube ich, ab. Naja, ist ja noch lange nicht vorbei, jeder Spiel. Was ist los? Wir legen... Ich will pass... Ich passe. Und der... PC... Oder die PS3... Schafft es nicht, den Spieler zu wechseln. Bist du beendet? Ich passe mir selber, weißt du? Trottel, ey. Ah, Mann. Hätte jetzt auch Hazard überlegen können. Hat sich auch eigentlich genau vor in dem Moment, aber da habe ich den Beifahrung in dem Moment. Uh. Uh. Aber hart. Hart ist da. Gut, jetzt hier. Lieber nicht die Tore drausholen. Hat sich zuerst vor, aber... Ach, Mann. Der wollte sich rüberlegen auf Valencia. Und jetzt auf Hazard. Gegen Sydney Sam. Hazard setzt sich durch und... Wieder. Wunderbar Reflex da von... René Adler. Da komme ich nicht rechtzeitig dahin. Schade. Komm. Oh, oh. In der Mitte wieder alles frei. Aber... Weg damit. Ich frage mich, warum in der Mitte momentan alles so frei ist immer. Aber ich nehme mal zwei gegen einen. In der Mitte. Also zwei von ihm und einer von mir. Für die, die ich es nicht verstanden bin. Und jetzt Hazard. Nein. 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 Nein, nein, nein. Die wollte ich mit R1 am Tord vorbeilegen. Und dann haben wir zu lange gebraucht. Na toll. Es läuft nicht. Ach, komm. Was war da jetzt wieder ein Foul. Den hat Hart sicher. Und jetzt Tevis Lauf. Ah ja, und falls ihr euch fragt, warum ich Van Persie rausgetan hatte. Ähm, ja. Sieben Spiele. Null Tore. Als Stoßstürmer. In den sieben Spielen habe ich, glaube ich, insgesamt acht Tore geschossen. Also. Ja. Van Persie. Was machst du nur? Aber naja. Bis jetzt hat Tevis auch noch kein Tor geschossen in zwei Spielen. Jetzt ist das dritte. Aber in den zwei Spielen hat er überhaupt noch kein Tor geschossen. Einmal hat er abgebrochen. Och, warum nimmst du den Ball denn das Scheiß an? Och, Mann. Der ging fast rein. Ach, schade. 1 zu 0. Statistik ziemlich ausgeglichen. Das ist ein wirklich was schon. Okay. Und jetzt mal Valencia. Gegen Schmelzer. Der hatte natürlich sehr Vorteile. Und. Kopfball und. Was ist das, Mann? Was. Ist. Das. Ich hab grad echt Pech. Also. Gestern hatte ich schon richtig verkackt. Zweimal abgebrochen. Heute. Jetzt. Einmal abgebrochen. Und. Jetzt diese ganzen Chancen hier nicht reingehen. Aber ja klar. Ich würde gewinnen. 4-0. Und dann bricht er ab. Meine Fresse. Da sind die Eindrücke. Ja wirklich ey. Ja wirklich ey. Jetzt sind zwei Tagen. Dreimal abgebrochen. Oder viermal. Ich bin mir nicht sicher. Ob gestern zwei oder dreimal. Also minimum zweimal. Zweimal ist er minimum gestern abgebrochen. Einmal. Ne. Zweimal im Pokal. Und ich glaub einmal mehr Saison. Aha. Da wollte ich mir den grad vorbeilegen. Oder vorlegen. Oh oh. Der schießt. Also weg damit. Jetzt. Ach schade. Nehmt nicht was bekommen. Jetzt hab ich ihn und. Oh schade. Jetzt verabliere ich ihn wieder. Oh und jetzt hier Valencia. Ganz ganz frei. Und Valencia schießt. Und ich hätte vielleicht auch noch. Weiter gehen können. Oder vielleicht in die Mitte spielen können. Schade. Und David Luz. Macht ihn auch nicht rein. Gibt's Ecke? Nein. Meine Fresse. Hab ich Pech. Valencia. Schöner Einsatz. Boah. Boah. Was ist das Mann? Jetzt kriegt er noch eine gelbe Karte dafür. Oder was? Oh Mann. Ja. Foul. Kommt. Flanken in die Mitte. Angedreht. Aber. Zumindest sind es ein bisschen angedreht bei der. Ach schade. Kein Abseits und. Company. Was für ein Schuss. Was für ein Schuss. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber. Geil. Und ich hab erstmal erst ehrlich gedacht. Das wäre abartiges Abseits gewesen. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen. Den Spielverlauf entsprechend ist das Ergebnis. Auf jeden Fall verdient hier das Tor. Wie viel Chance du mich jetzt hatte schon. Jetzt Hummels gegen Valencia. Ja. Wer ist schneller? Ah schade. 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 Ja genau da hin. Genau. Oh. Schade. Und. Na man. Komm. Uh. Okay. Jetzt hat er eben gerade kurz eine Überzahl. Situation gehabt. Jetzt. Nasri. Nasri. Durchsetzen. Gegen Hazard. Und. Nein. Nicht gegen Hazard. Aber. Zu Hazard. Der mal wieder ganz knapp daneben geht. Der Kopfball dann. Naja. Oh. Und dann. Schöner Pass von Tevis. Wenn er das Ding nicht selber reinmacht. Dann macht's halt Hazard. Aber. Schöner Pass hier. Und Hazard. Ganz sicher. Ja. Wenigstens die Torvorlage Tevis. Ja. Da hab ich jetzt mal wieder ein bisschen gepennt. Und jetzt gibt's Freistoß. Scheiße. Uh. Ach scheiße. Das war der Mittelpunkt. Das war da eigentlich mein Spieler. Ach doch. Da ist Tevis. Ja. Komm raus. Ach ja. Adler will mitspielen. Schlecht geklärt hier. Und jetzt gibt's. Abschluss, oder? Nein. Ecke. Schade. 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 Warum? Oh. Komm. Ja. Ja. Gerard natürlich sehr schnell. Oh. Und jetzt gibt's also wieder Foul. Ja. Ne. Ist klar. Ja. Ja. Jetzt gibt's glaube ich für mich, ne. Ja. Komm. Schade. Oh, oh. Komm. Oh. Tevis, ey. Wieso mach ich da so ne Scheiße und wieso macht er den nicht rein? Das war jetzt die Chance zum alles entscheidenden Treffer hier, aber... Ne. Wir wollen's natürlich spannend haben, ne. So, und jetzt hier mit Nasri schön durch. Hier stört uns keiner. Und... Oh. Schade. Schöner Schuss von Touré. Jetzt Flanke. Oh. Ja. Einfach mal abziehen. Oh. So schlecht war das gar nicht. Von Sanja. Hab. Heute ein Tipp ge... Oder nicht ein Tipp gelesen, aber... Hab gelesen, wie er ausgesprochen wird. Ich hab's glaub ich früher mal Sakna gesagt. Kann auch sein. Ja. Er hat gesagt, er heißt Sanja. Dann glaub ich schon mal. Nein. Mann, wieso hat... Das ist doch schon längst abgefiffen, das Spiel. Jetzt... Jetzt passiert ein Tor. Jetzt passiert... Doch kein Tor. Glück gehabt. Ja. Gewonnen. Und jetzt... I.A. Unterbrochen. Wehe, Alter. Wehe. Wehe. So. Noch 10 Sekunden I.A. Danke. Oh, nur noch 2 Spiele. Scheiße. Ja, ihr seht meine Bilanz. Ja, gestern. War scheiße. Aber okay. Dann würde ich sagen, danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, dann drückt es immer mit einem Abo und einen Daumen da oben auf und dann tschau'n bis zum nächsten Mal.